Heute beginnt die FED ein großes, großes Experiment und blickt man in die Vergangenheit, dann muss man leider konstatieren, dieses Experiment hat sich schon mal versucht vor einigen Jahren und es ist grandios gescheitert. Damals hat der Jerome Powell gesagt, ja wir erhöhen die Zinsen und die Bilanzreduzierung ist auf Autopilot. Die Märkte damals komplett erschreckte im Vorweihnachtsgeschäft, eigentlich eine sehr bullische Zeit, dann massiv abgegeben, der S&P 520% verloren. Daraufhin Jerome Powell, erschrocken wie er damals war, hat sich Anfang Januar hingestellt und gesagt, hm, war mich alles nicht so gemeint, müsst ihr irgendwie missverstanden haben, die ganze Geschichte. Daraufhin die Märkte wieder nach oben. Was ist der Unterschied zu damals? Damals gab es praktisch keine relevante Inflation. Jetzt sind wir bei 8% Inflation in den USA, sodass sich Paul eine solche wollte, nicht mehr wird leisten können wie damals. Also er wird nicht einfach sagen können, sorry, alles nicht so gemeint, wir blasen das eher einmal ab, weil eben die Inflation so derartig hoch ist. Schauen wir uns dieses Experiment mal an. Hier sehen wir die Bilanzsumme der US-Notenbank FED, knapp 9 Billionen Dollar in Relation zum BIP. Etwa deutlich weniger als das, was die EZB hier an Bilanzsumme zum BIP der Eurozone aufzuweisen hat. Aber sei es drum. Wir sehen, wir sind vor dem Corona-Crash unter 4 Billionen gewesen, haben also die Bilanzsumme mehr als verdoppelt in sehr kurzer Zeit. Und jetzt kann dieser Spruch nicht mehr gesagt werden. Und die FED hat trotz dieser hohen Inflation noch nicht einmal mit der Reduzierung ihrer Bilanzsumme angefangen. Die FED wird das tun. Die EZB hat gesagt, ja, irgendwann nach dem dritten Quartal werden wir mal damit anfangen, während auch in der Eurozone die Inflation bei 8% liegt. Also das ist der Unterschied. Aber zurück zu diesem Experiment. 95 Milliarden Dollar werden jetzt monatlich hier aus der Bilanzsumme entfernt. Meistens indem man einfach auslaufende Anleihen nicht verlängert oder nicht ersetzen wird. Davon sind 60 Milliarden eben Treasuries, Staatsanleihen und 35 Milliarden Dollar sogenannte Mortgage-Back-Securities, also Hypotheken-besicherte Anleihen. Und wir sehen, wie jetzt der Kurs dieser Schrumpfung passieren soll. Es wird Jahre dauern, bis hier substanziell wirklich was runterkommt von diesem Kuchen. Aber es passiert eben kontinuierlich, wenn die FED daran festhält. Und die Frage ist, wie vertragen das die Märkte? Besser als damals im Jahr 2018. J.P. Morgans Andrew Tyler hat gesagt, also ich denke, es wäre voreilig, jetzt einen Boden bei den Aktien auszurufen, was jetzt derzeit schon Konsens zu sein scheint. Ja, in der Tat, viele tun das. Nehme ich dieses Quantitative Tightening, das ist die Straffung der Geldpolitik, is about to launch. We are going to get another 100 Basis Points in Rate Hikes over the next 8 weeks. Also wir werden in den nächsten 8 Wochen 100 Basispunkte, 1% Zinsanhebungen bekommen. Und eben jetzt in Kombination noch dazu diese Bilanzreduzierung. Wie gehen die Märkte damit um? Schauen wir uns mal andere Perioden an. Hier sehen wir, dass damals 2012 die Märkte das einigermaßen gut verkraftet haben. Damals war schlichtweg die EZB in die Bresche gesprungen. Wir erinnern uns, Mario Draghi, we do everything to preserve the Euro and believe me it will be enough, hat er gesagt, der Römer damals. Und dann sind die Märkte halt komplett gestiegen, weil im Prinzip die EZB die Rolle der FED eingenommen hat als Liquiditätsspender ultimativer Natur. Und dann sehen wir aber, dass natürlich jetzt mit Ausweitung der Bilanzsumme eben im Corona-Crash, in Reaktion auf die Corona-Geschichte, dann der S&P 500 massiv gestiegen ist. Was wird passieren, wenn die Bilanzsumme schrumpft? Und das wird jetzt ein interessantes Experiment, das da kommen wird. Und hat Joe Biden sich gestern ja getroffen mit FED-Chef Paul, hat dann eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, ja, mein Plan ist, die Inflation zu adressieren. Und das startet schlichtweg mit dem Respekt vor der FED, der Unabhängigkeit, dem Respekt vor der Unabhängigkeit der FED. Und das werde ich weiter so halten. Also er sagt, ich rede euch da nicht rein. Naja, ein bisschen hat er wohl schon durch die Neunominierung und die Anforderungen, die an diese Neunominierung von Paul gebunden waren, natürlich schon ein bisschen reingesprochen. Und dann der Sprecher im Weißen Haus. Biden versteht, dass die Inflation Ärgernisse hervorruft. und Paul wird allen Raum bekommen, das zu tun, was notwendig ist. Also er schiebt praktisch den schwarzen Peter der FED zu, der gute US-Präsident, und sagt, kümmer du dich jetzt mal drum. Faktisch ist diese Inflation wesentlich unter Trump entstanden, gar keine Frage. Stimulusgeschichten sind unter Trump verabschiedet worden, etc. Trump hat ja immer auf eine ultralachse Geldpolitik der FED gedrängt, aber Biden ist jetzt derjenige, der es irgendwie ausbaden muss, der damit umgehen muss, und er wirkt dabei halt nicht so fürchterlich vital. Jetzt ist die Frage, wie geht es für die Märkte weiter? Die Bullen sagen, hört euch das an, was Bostik gesagt hat von der FED, der gesagt hat, ja, im September könnten wir pausieren. Dann aber, kürzlich jetzt, nämlich, wenn ich nicht irre, am gestrigen Dienstag, Waller, der gesagt hat, wir werden so lange die Zinsen anheben, bis die Inflation wirklich in Richtung 2% läuft, von 8% auf 2%, das ist ein ziemlich großer Schritt. Wer also setzt sich durch? Was ist die Mehrheitsmeinung innerhalb der FED? Die zögerliche von Bostik? Dauwisch eher. Oder die Horkischere von Waller? Horkisch eben eher. Ja, das dürften wir jetzt in Kommentaren der nächsten Tage von FED-Mitgliedern hören. Wir haben heute Williams von der New York FED und James Baller, der ist eh immer Horkisch, aber Williams wird interessant sein. Dann haben wir am Donnerstag Mester, wir haben am Freitag Brainard, die sprechen wird, die Vize-FED-Chefin. Also das wird wirklich spannend, das wird für die Märkte entscheidend. Sehen wir da jetzt so in Richtung Bostik die Dinge sich drehen, also in Richtung Dorfische FED oder bleiben die auf Kurs von Waller? Wenn es Waller ist, dann werden die Kurse weiter Schwierigkeiten haben. Blicken wir mal zurück auf den Mai. Wir sehen Anleihenmärkte weitgehend unverändert. S&P praktisch unverändert. Ich glaube einen halben Punkt höher hat er geschlossen, als er begonnen hat im Mai. Wir sehen auch Gold wenig verändert. Wir sehen Öl ist gestiegen, Kryptos sind gefallen und der Dollar ist nach einer langen Rallye-Strecke deutlich gefallen. Gefallen sind auch die ökonomischen Daten in den USA oder schwach ausgefallen. City Economic Surprise Index sind deutlich schwächer. Blicken wir mal auf gestern, sehen wir moderat die Minuszeichen beim Dow, beim S&P 500 oder auch beim Nasdaq. Und überraschend ist, dass der Sektor Consumer Discretionary eigentlich ein Risk-On-Sektor hier der beste Ball lag an Amazon, die weiter ihre Erholungsrallye hier zaubern. Wir sehen dann Financial Technologies oben, defensive Sektoren unten. Also eigentlich haben wir Kursverluste, aber dennoch sind bestimmte Sektoren oben, die normalerweise in Kursverlusten oder wo die Indizes verlieren, nicht oben sind, etwas widersprüchlich. Schauen wir uns mal das größere Bild mit diesen Sektoren an. Da sehen wir im Mai war wieder Energy der beste Sektor mit über 15 Prozent. Seit Jahresbeginn 55 Prozent. Wir sehen, dass Consumer Discretionary, also diese diskretionären Käufe, die man nicht zwingend tätigen muss, aber kann, dass die nach wie vor unter Wasser sind. 5 Prozent jetzt im Mai und doch deutlich 25 Prozent seit Jahresbeginn. Und nach wie vor etwa der Nasdaq, wie Sie hier unten in der Grafik sehen, 23 Prozent im Minus, trotz der Erholung. Also wir sehen, da ist nach wie vor einiges im Argen. Da ist einiges passiert. Und wenn wir hier die Outperformance des Energiesektors mal ansprechen, gegenüber dem S&P 500, dann müssen wir das mal in historische Relation setzen. Hier ist das Verhältnis Energiesektor gegen den S&P 500. Da sehen wir, da wäre noch sehr, sehr viel Aufholpotenzial bei Schlichtweg Energie. Ein Stiefkind war in den letzten Jahren und jetzt stellen wir fest, das ist eine der zentralen Komponenten. Wie geht es weiter für die Märkte? Jim Cramer, der Börsenclown von CNBC, ist Bullish. Das sollte die Bullen vorsichtig stimmen, meine Damen und Herren, denn einen besseren Kontraindikator werden sie kaum finden am Markt. Der sagt ja, die können nirgendwo hin, als zu steigen, diese Aktien. Amazon gestern hat deutlich gestiegen, aber er sieht auch Meta, er sieht Alphabet, er sieht Apple, Netflix weiter steigen. Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Anders sieht es Morgan Stanley, die sagen, eigentlich sehen wir gar keinen bullischen Case. Das einzige überhaupt, oder kein bullischen Fall, das einzige wäre vielleicht ein Frieden in der Ukraine, aber das ist jetzt nicht so wirklich wahrscheinlich kurzfristig. Man sagt, maximal könnte die Rallye bis 4.250, 4.300 Punkte im S&P 500 laufen. Und die Inflation bleibt schlichtweg zu hoch, als dass die Fed hier einen Rückzieher machen könnte. Dementsprechend sieht man da weitere Kursabschläge kommen, auch wenn diese Rallye eben durchaus passieren kann, aber sie dürfte nicht allzu weit gehen. So sieht es tendenziell das bärische Morgan Stanley, die ja immer gewarnt haben vor diesen Bärenmarkt-Rallyes. Kurzfristig, wenn wir uns mal den Nasdaq anschauen, sehen wir nach dieser Erholung negative Divergenz. Und hier oben im RSE, wir sehen auch negative Divergenzen in der Stochastik. Im Best Case oder im mittelfristig bullischen Case könnte man sagen, okay, der fällt jetzt nochmal und dann gibt es eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wenn diese Schulter dann auch gehalten wird. Und der Fall dann auch wirklich kommt, diese negativen Divergenzen sich da auch wirklich dann manifestieren. und vielleicht sorgt heute eine Abstufung für US-Tech von Morgan Stanley, nämlich Amazon, Google, Facebook und andere, dass dieser Sektor heute wieder ein bisschen Probleme bekommt. Schauen wir uns aber insgesamt mal an, jetzt werden wir wieder auf diese Bilanzsummenreduzierung kommen, wie eigentlich jetzt die Bewertungen sind bei den US-Aktienmärkten, nämlich Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung eines Unternehmens in Relation zu seinen Umsätzen. Und hier sehen wir, wir sind trotz des Rückgangs immer noch weit, weit, weit über dem 10-jährigen Durchschnitt. Das ist also etwas, was nach wie vor sehr, sehr teuer ist, kann man sagen. Und das angesichts eben einer geldpolitischen Straffung, die das Gegenteil dessen bewirkt, was der geldpolitische Stimulus zuvor angerichtet hat, könnte man sagen, ist ja alles gestiegen, unter anderem Bitcoin. Und hier sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, dass die sogenannte Cash-Fire-Power also praktisch das Geld, das in Funds fließt, auf Konten fließt, eben durch Stimulus, eben durch Maßnahmen der Regierung, wie auch der Notenbanken, dass das unmittelbar zusammenhängt mit dem Anstieg und dann dem Fall des Bitcoin-Kurses. Seit die Fed umgesteuert hat und horkischer wird, hat der Bitcoin ein paar Schwierigkeiten. Anders als Öl, das gestern nochmal ziemlich deutlich nach dem vorherigen Anstieg runtergekommen ist, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, ja, also wenn jetzt das Öl-Embargo gegen Russland kommt, dann könnten doch einfach die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate und andere einfach mehr pumpen und praktisch die russischen Öllieferungen ersetzen. Das hat dann etwas den Ölpreis unter Druck gebracht. Wir sehen eh eine historisch fast einmalige Backvoltation im Gegensatz zum Contango. Wenn Sie das jetzt nicht verstehen, dann haben Sie alles richtig gemacht. Meine Damen und Herren, können wir aber andere Gelegenheiten mal ausführen. Wenn wir jetzt aber nochmal nach China kommen, da ist jetzt der Interessanteste zu beobachten, Apple etwa hat jetzt angekündigt, einen Teil seiner Produktion, seiner iPad-Produktion nach Vietnam zu verlegen, raus aus China, weil einfach diese Lockdown-Maßnahmen schwer zu kalkulieren sind, wahnsinnige Frustration bei vielen ausländischen Unternehmen. Da ist einiges kaputt gemacht worden. Wir sehen, dass der Kalk-Schienen-Einkaufsmanager-Index mit 48,1 schlechter als erwartet war. Gestern ja die Regierungszahlen etwas besser als erwartet, aber auch unter 50, also Kontraktion anzeigend. Wir hatten gestern ja einen Artikel. China geht das Geld aus, der Lockdown und die Schulden, das ist ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge. Und Shanghai ist wieder open. All das ziemlich schwierig. Man muss permanent PCR-Tests vorlegen, aber hier Bilder etwa, die uns der Kollege aus Shanghai geschickt hat. Teilweise richtige Partys draußen, das war den Behörden auch nicht recht. Wir sehen Staus teilweise, weil die Leute dann wieder Auto fahren wollten. Das ist also eine wirklich absurde Situation. Wir sehen, Shanghai ist open. Da kommt einer aus einem kleineren Käfig in einen etwas größeren Käfig. So könnte man vielleicht das Leben in China beschreiben. Zumal auch die Wirtschaftssituation jetzt deutlich schlechter wird. China geht das Geld aus. Liegt auch daran, dass man eben sehr gut an Landverkäufen verdient hat, als chinesischer Staat. Diese Landverkäufe sind jetzt um 46,5 Prozent gefallen. Zum Vorjahresmonat, das wirft kein gutes Licht auf eine sich ohnehin abkühlende Wirtschaft, die jetzt wieder stimuliert werden soll, auf diese gigantische Immobilienblase, die da der Fall ist. Und dieser Lockdown in China hat natürlich auch dann zu Lieferproblemen hierzulande geführt, im Einzelhandel. 80 Prozent aller Unternehmen sind betroffen. Spielwaren 100 Prozent, Baumärkte 99,4, Fahrräder 97,5. Also das wird jetzt auch erst so richtig krass noch, weil die Auswirkungen des Lockdowns dann praktisch mit acht Wochen Verzögerung dann zu uns kommen. Lockdown begann Anfang April in Shanghai. Also das wird jetzt so langsam dann auf uns zukommen. Abschließend noch wieder mal ein großartiger Kommentar meines 23,7 besten Freundes Marcel Lovracerina, die hohen Preise für Energie und Lebensmittel sind nicht primär das Resultat von Knappheiten, sondern von Unsicherheit und Spekulation, an denen nicht nur die Mineralkonzerne, sondern viele DAX-Unternehmen kräftig verdienen. Also es sind die bösen Unternehmen, die hier die Leute wieder schröpfen. Ja, der Marcello, der Marcello, der hat es geblickt. Kein anderer ist so analytisch tiefgehend wie der Marcello. Kennen Sie die neuesten Marcel Fratschewitze? Da sitzen Stalin, Lenin und Marcel Fratscher in einem Zug. Plötzlich stoppt der Zug. Der Zugführer kommt ins Abteil der drei und sagt, ich kann nicht weiterfahren. Die Gleise hören plötzlich auf, sagt Lenin. Hm, wir könnten doch die Gleise, über die wir schon gefahren sind, also auf der zurückliegenden Strecke, abbauen und dann vorne wieder anmontieren. Dann könnten wir weiterfahren, sagt Stalin. Nein, nein, wir erschießen einfach den Lokführer, sagt Marcel Fratscher. Bekanntermaßen ja ein großartiger Humanist. Nein, nein, sagt er und steht auf, macht den Vorhang vor dem Fenster zu und sagt, wir fahren. Das bringt vielleicht so ein bisschen diese Realitätsverweigerung von Marcel Fratscher auf den Punkt, meine Damen und Herren. Und zeigt, wie dieser Herr gestrickt ist. Es wird passend gemacht, was nicht passt. Das ist das großartige System von Marcel Fratscher, der ja alle, die vor Inflation gewarnt haben, als Panikmacher verunglimpft hat. Abschließend noch zwei Hinweise, meine Damen und Herren. US-Börsen, der Startschuss der FED zur Bilanzreduzierung birgt Gefahren. Erster Artikel und zweiter Artikel über einen taumelnden deutschen Energieriesen, nämlich Unipa. Ja, eine Tochter, kann man seine Abspaltung von E.ON. Too big to fail. Da kracht es ganz schön heftig, denn die waren sehr dick im Russlandgeschäft und das ist jetzt ein bisschen schwierig geworden. Also diese beiden Artikel will ich Ihnen unter dem Video verlinken und sage jetzt erst einmal Servus und Ciao zum Start dieses historischen Experiments. Wir machen jetzt ich jetzt ein paar Minuten. Vielen Dank.